Herzlich Willkommen liebe Minifigurenfreunde, schön dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video schauen wir uns heute die Minifiguren des 25 Jahre Jubiläumssets 75396 mit dem Namen Desert Skiff & Salak Pit an. Außerdem werde ich euch erklären, warum ich der Meinung bin, dass die exklusive Minifigur Nien-Namp bereits im Jahr 2023 hätte erscheinen sollen. Bevor wir ins Detail gehen, schauen wir uns die enthaltenen Minifiguren an. Insgesamt gibt es in diesem Set 6 Figuren. Natürlich sind einige Klassiker wie Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, Lando Calrissian und Boba Fett dabei. Aber das Highlight ist ohne Zweifel Nien-Namp. Die Auswahl der Minifiguren finde ich insgesamt gar nicht so schlecht. Allerdings vermisse ich mindestens einen weiteren Schurken aus Jabba's Syndikat. Zum Beispiel wäre Weequay eine super Ergänzung gewesen, besonders in Anbetracht des hohen UVP Preises von knapp 80 Euro. Kommen wir zu den Details der Minifiguren, angefangen mit Boba Fett. Hier handelt es sich um eine recycelte Figur, die identisch bereits in dem Mesh-Set erschienen ist. Alles in allem aber eine wirklich schöne Minifigur mit Armbedruckung. Die neue Jedi-Luke-Figur hat das neue Haarteil bekommen, was zwar noch etwas gewöhnungsbedürftig ist, aber meiner Meinung nach sehr gelungen wird. Die Robe ist detailreich gestaltet und fließt nahtlos vom Torso über die Beine, was eine stimmige Optik erzeugt. Eine vergleichbare Robe gab es bisher nur bei der Luke-Figur im Skiff-Set von 2012 und im Rancor-Pit von 2013. Außerdem ist der Kopf beidseitig bedruckt, was für zusätzliche Ausdrucksmöglichkeiten sorgt. Weiter geht's mit dem mächtigen Chewbacca. Hier handelt es sich um die allseits bekannte Version, die wir bereits seit 2014 kennen. Damit feiert er in diesem Jahr sogar sein 10-jähriges Jubiläum. Diese Figur ist in insgesamt 19 verschiedenen Sets enthalten und könnte damit die am häufigsten wiederverwendete Lego Star Wars Minifigur überhaupt sein. Oder vielleicht sogar die meistverwendete Lego Minifigur aller Zeiten? Das muss ich definitiv noch recherchieren. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Kommen wir zu Han Solo. Diese Figur kommt mit dem bekannten Haarteil, hat aber einen neuen Kopf mit doppelseitiger Bedruckung, einmal mit geschlossenen Augen und einmal Blinzeln, da er gerade aus dem Karbonit befreit wurde. Besonders interessant ist die neue Torso-Bedruckung. Der Kragen ist jetzt nach rechts gerichtet, während er bei der vorherigen Version nach links zeigte. Der bisherige Torso-Print wurde übrigens seit 2010 verwendet. Die Beine sind in braun gehalten und haben keinen Aufdruck. Somit kommen wir zu Lando Calrissian im Skiff Guard Outfit. Diese Lego Minifigur zeigt Lando in seiner Tarnung mit detailreichen bedruckten Beinen und einem dunkelorangenen Torso mit Rüstungsplatten. Sein Kopf hat zwei Gesichtsausdrücke und er trägt einen speziellen Helm mit Visier und Stoßzähnen. Es gibt davon bisher drei Varianten, diese zeige ich euch demnächst in einem neuen Video, das ich auch hier verlinken werde. Und nun kommen wir zur exklusiven Minifigur in diesem Set, Nier Nump und das verpasste Jubiläum. Lasst uns mal kurz inhalten und darüber sprechen, warum ich das denke. Nier Nump ist nicht nur ein cooles Charakterdesign, sondern spielt auch eine wichtige Rolle in The Return of the Jedi, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Immerhin war er maßgeblich an der Zerstörung des Todessterns beteiligt. Es wäre also nur logisch gewesen, ihn im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Return of the Jedi-Jubiläum in 2023 zu veröffentlichen. Dazu ist dieses Set ohnehin prädestiniert, ist es doch ein Return of the Jedi-Set durch und durch. Stattdessen mussten wir nun bis 2024 warten, um ihn als Lego-Figur zu bekommen. Am Ende bin ich jedoch froh, dass wir nun so eine schöne Minifigur bekommen haben. Der neue Kopf-Mold ist wirklich gelungen. Bisher gab es ja nur diese zwei Ten-Nump-Minifiguren, die auf derselben Spezies der Solustaner basieren. Bei diesen wurde der besondere Kopf noch per Print gestaltet. Ich denke die Nier Nump-Version im Spiel, das Skywalker-Saga wurde genau von diesen beiden Figuren inspiriert. Da hatte man ja noch keinen neuen Mold. Was denkt ihr, hätte Nier Nump letztes Jahr schon kommen sollen oder seid ihr zufrieden damit, wie es jetzt ist? Nier Nunds Rolle endet übrigens in Episode 9 beim Angriff auf Exegol. Die aktuellen Preise der exklusiven 25 Jahre Lego Star Wars Minifigur liegen laut Bricklink-Verkaufspreisen derzeit bei etwa 20 bis 30 Euro. Und ich gehe davon aus, dass diese Figur als Sammelobjekt aufgrund der Einmaligkeit im Jubiläum-Set im Preis noch etwas ansteigen wird. Sobald alle Figuren aus der 25-Jahr-Serie offiziell zu haben sind, mache ich mal ein spezielles Review. Das findet ihr dann wie immer auf meinem Kanal. Und damit war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.